Musik Hey Leute und willkommen zurück zu Dragon Ball Legends Nachdem wir gestern ein richtig geiles Livestream Opening hatten Wer das noch nicht gesehen hat, guckt es euch unbedingt an Ich werde es auf der Endcard verlinken Gestern war ein richtig geiler Livestream Es hat mega Spaß gemacht mit euch Danke, dass ihr alle dabei wart Beziehungsweise fast alle, sehr viele Danke für eure Unterstützung Danke für jedes Abo nochmal Und so weiter und so weiter War ein richtig geiler Stream Schaut auch mal nicht rein Denn wir haben versucht, den neuen Higgs Goku Black und das Tag Team Siamen zu Higgs ziehen Ob ihr es geschafft habt oder nicht Seht ihr natürlich im Livestream Warte, guckt es euch an Wir beginnen heute aber mit meiner Meinung zu Goku Black Und mit dem Siamen Tag Team Also wir gucken uns an Wie finde ich sie so, was können sie so, wie stark sind sie so Oder ich muss schon mal eins direkt sagen Goku Black ist ein Arschloch Aber so gehört es auch Genauso im Anime Ich werde gleich sehen, warum Ich mag ihn auf jeden Fall sehr, sehr, sehr Eins schon mal vorweg Er gehört unter anderem zur Kategorie Zukunft Wenn er sich aber auch verwandelt Zur Kategorie göttliches Ki Hat das gereimt? Ich werde Rapper Yo Cringe Das heißt, du kannst ihn in einem Zukunftsteam spielen Und in einem göttlichen Ki-Team Auch wenn seine Z-Fähigkeit Keine göttliches Ki bufft Ist doch scheißegal Er ist trotzdem mega stark in einem göttlichen Ki-Team Zukunft sowieso Wenn du zum Beispiel Den schwer zu ziehenden Legends Limited Legendären Finisher Vegeta Grün Also in der Farbe Grün Super Sergin Blue Nicht hast zum Beispiel Ist er die perfekte Wahl Im God-Key-Team Und im Zukunftsteam Als grüner Kämpfer für dich Wenn du keinen Vegeta hast Rein damit Wenn du Vegeta hast Musst du dir halt gut überlegen Will ich ihn spielen? Will ich ihn nicht spielen? Ich denke, ja Ist natürlich eure Sache euch überlassen Ob ihr halt lieber Goku Black spielt Oder Super Sergin Blue Vegeta Legends Limited In Zukunft Und im Gottliches Ki-Team Ist euch überlassen Aber nur, dass ihr wisst Ihr könnt in beiden Teams spielen Nicht jeder Kämpfer Muss unbedingt Von allen Buffs profitieren Beziehungsweise Buffs weitergeben Er wird auch eine Maschine Wenn die anderen ihn buffen Und Maschine By the way Ist er auf jeden Fall Er ist ein Fernangriffstyp Mit 199.000 Fernangriff Auf drei Sterne Sehr nice Aber auch einen hohen Schlagangriff Ist schon mal sehr gut Gefällt mir sehr gut Er nimmt auch spezielle Karten In den Kampf mit Und zwar Schlagangriffskarten Füllen dem Gegner Bei Treffer Eine kleine Lebensregenerierung Lebensregenerationsverzögerung Hinzu Das heißt Er kann sich nicht so schnell Regenerieren Falls der Gegner das hat Finde ich jetzt nicht So eine sinnvolle Karte Muss ich ehrlich sagen Aber es ist okay Es ist okay So eine Künste Die normalen Angriffe Machen in der ersten Form Gar nichts Der Black Powerball Black Powerball Finde ich ziemlich geil Denn Wenn du Zum Beispiel Eine gelbe, rote und grüne Karte Auf der Hand hast Und du setzt deine blaue Karte ein Werden diese drei Karten zerstört Und du machst dadurch 90% mehr Schaden Auf deinem Black Powerball 90% mehr Wenn du drei Karten auf der Hand hast Die zerstört werden können Hast du nur zwei auf der Hand Machst du 70% Und so weiter Ist eine geile Sache Das kennen wir auch von anderen Charakteren Und das finde ich immer mega Krass OP Also da kannst du schon mal Enormen Schaden rausdrücken Indem du Karten opferst Was ich auch noch geil finde Bei der grünen Fähigkeit Alle Karten von dir werden zerstört Und drei neue gezogen Das heißt Wenn du nur Nur Diese grüne Karte zum Beispiel Auf der Hand hast Und sie einsetzt Machst du aus einer Karte Drei Karten Ist schon mal geil Oder du sagst Boah ich hab nur scheiß Karten Auf der Hand Zack Löschst du sie Ziehst drei neue Karten Und regenerierst 10% Leben Finde ich geil Finde ich wirklich geil Hauptfähigkeit ist natürlich Sich in den Super Saiyan Rose Zu verwandeln Und 25% Leben Und Key regenerieren Ist auch geil Schwarzes Unglück Finde ich nice Denn ich denke Eins der stärksten Teams Zur Zeit Ist natürlich das Halb Saiyajin Team Das Hybrid Saiyajin Team Mit Legends Limited Zenkai Erweckter Son Goku Die hauen richtig hart rein Auch mit den Trunks und Goten Den neuen Und gut dass der So ein Counter Ein bisschen dagegen ist Denn ein Viertel mehr Schaden Das spürt der Gegner Auf jeden Fall Bei jedem Gegner Der eingewechselt wird Oder wo du halt Gerade Goku Black Einwechselst Machst du einfach mal 50% mehr Damage Und deine Super Angriffe Kosten weniger Finde ich auch geil Und jetzt kommt das Wo er ein Arschloch ist Und zwar Wenn Goku Black Getroffen wird Von einem Schlag Oder Fernangriffskarte Von einer Schlag Oder Fernangriffskarte Sinkt das Key des Gegners Das heißt Du greifst Goku Black An Und verlierst dabei Key Das ist mega 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 Gemein Und Solange dieser Charakter Im Kampf ist Treten folgende Effekte Auf natürlich Bei jeder Gezogenen Karte Du regenerierst Also sagen wir so Ich sage immer gerne Praktische Beispiele Du ziehst eine rote Karte Zack Regenerierst du 10 Key Einfach so Du ziehst eine gelbe Karte Zack Regenerierst du 10 Key Und Dein zugefügter Schaden Steigt um 10% Das heißt Du musst eigentlich Nix machen Denn du ziehst ja sowieso Karten Du ziehst sowieso Karten Die ganze Zeit Logischerweise Regenerierst die ganze Zeit Key Erhöhst die ganze Zeit Deinen Schaden 15 Sekunden Und kannst das ganze Ja noch ein bisschen Beschleunigen Durch die grüne Karte Ist also schon mal Mega geil Wie er am Anfang Reinhaut Aber Nach 15 Sekunden Im Kampf Kannst du dich auch Verwandeln In den Super Saiyan Rose Und dann sieht die Welt Schon anders aus Wir sehen einen enormen Anstieg der Kampfkraft WTF 233.000 Fernangriff Nimmt man gerne mit Und wie gesagt Auch dann ist er Göttliches Key Er hat jetzt eine böse Böse rote Angriffskarte Und zwar Bei jedem Treffer 50% Chance Als der Gegner Bluten anfängt Das tut auf Dauer Auf jeden Fall auch weh Seine blaue Karte Ändert sich natürlich auch Ähm Der Gegner kann den Schaden Nicht wirklich verhindern Der da reinkommt Ähm Weil er nicht den erlittenen Schaden down machen kann Und du hast eine 100%ige Blutungschance Plus dazu Du bist gegen Fernangriffe Geschützt Während du die blaue Karte Einsetzt Also der rote Ähm Der rote Der Super Saiyan Rose Ist eher darauf ausgelegt Den Gegner mal wieder Zum Bluten zu bringen Mit seiner coolen Energieklinge Die er da hat Finde ich nice Unendlich ansteigende Kraft Ist auch wieder schön Ne Eigene Karten zerstören Ne Leben regenerieren Kennen wir schon Hauptfähigkeit ist auch Ziemlich nice Also ihr merkt schon Ihr zerstört die ganze Zeit Eure eigenen Karten Ne Aber es ist immer so Egal ob jetzt die Hauptfähigkeit Oder die grüne Karte Wenn du nur eine hast Ziehst du trotzdem Drei oder vier Karten Das ist halt richtig geil Ähm Du ziehst schneller Karten Und der Gegner Allein 40% mehr Damage Krasse Hauptfähigkeit Auf jeden Fall Gipfel edler Schönheit Ist auch nice Wenn du dich in den Super Saiyan Rose Zermattelst Steigt dein Schaden Uneliminierbar Um 70% Du machst im Super Saiyan Rose 70% mehr Damage Als zuvor Du erleidest 40% weniger Schaden Für 15 Sekunden Und ziehst schneller Karten Geil Und wie gesagt Wenn der Gegner dir eine reinhaut Ähm Regenerierst du halt die ganze Deine Key Verliert der Gegner Key Und wenn du Karten ziehst Haben wir auch schon besprochen Ähm Übrigens auch noch Hinzugekommen In der Verwandlung Wenn der Gegner Dir gerade richtig hart Eine Kombo reinhaut Bam Bam Links Rechts Aua Aua Und dabei Key verliert Ähm Danach Nachdem er fertig ist Regenerierst du 20% Deines Lebens Beziehungsweise Maximal 20% Deines Lebens 20% vom Schaden Wollte ich sagen So Also ihr seht schon Egal was der Gegner tut Egal was du tust Du wirst stärker Du schwächst den Gegner Du bist einfach Das offizielle Goku Black Arschloch Ich liebe ihn Ich liebe Goku Black Super Saiyajin Rose Leute Allein schon für den Faktor Dass er Goku Black Und Super Saiyajin Rose ist Bekommst du für den Daumen nach oben Aber für den anderen Faktor Dass Wenn dich der Gegner angreift Der Gegner Key verliert Dass du ständig Neue Karten ziehen kannst Und dabei auch noch Leben regenerierst Dass du den Gegner Einfach nur komplett Hart am Arsch gehst Für das Zwei Daumen nach oben Trotz dessen Wie gesagt Du musst es für dich selbst entscheiden Wenn du Legends Limited Vegeta hast In der Farbe Grün Dann musst du entscheiden Willst du Goku Black spielen Im Zukunftsteam Im göttlichen Key Team Oder spielst du mit Vegeta Hast du Vegeta nicht Herzliches Glückwunsch Willkommen Goku Black ist dein Neuer Kämpfer Im Godkey Team Und im Zukunftsteam Viel Spaß Damit Aber kommen wir nun Auch natürlich noch Zum großen Siamen Tag Team Das Siamen Tag Team Ist wie schon in Klammer Dabei steht Und auch darunter Ein Supporter Ein Unterstützer Ein Unterstützungstyp Wie auch immer Du es nennen willst Der ist jetzt nicht dafür da Den größten Damage Rauszuhauen Sondern Den Gegner Zu schwächen Dein Team zu buffen Dein Team zu heilen Und so weiter Und so weiter Also ein Supporter Erwarte nicht Bei diesem Charakter Den höchsten Damage Dass Die Möglichkeit Mit diesem Charakter Alleine am Ende Das Spiel noch zu gewinnen Er ist nur dafür da Um zu unterstützen Das verstehen oft viele nicht Die sagen Oh der macht keinen Schaden Der ist auch nicht dafür da Um Schaden zu machen Sondern um die anderen Kämpfer In deinem Team zu stärken Genauso wie zum Beispiel Verteidigungstypen Auch nicht dafür da sind Den Damage zu machen Sondern wie es schon heißt Einfach den Damage Aufzufangen Von den anderen Team-Membern Leute also Er ist ein Supporter Für einen Supporter Hat er aber Einen enormen Basis Schlagangriff Fast 200.000 Für den Supporter Schlagangriff Ist schon mal Eine Ansage Er ist natürlich Ein Halbsayajin Son Gohan Gehört zur Sonnenfamilie Aber Da er sich ja In einem Kampfanzug befindet Und Superman ist Ist er auch ein verwandelter Kämpfer Plus Weil Videl Aka Siamen 2 Dabei ist Ist er auch ein weiblicher Kämpfer Das fühlt sich ehrlich gesagt Ein bisschen weird an Weil Du kämpfst Die ganze Zeit Hauptsächlich Mit Son Gohan Und kannst Ihn Trotzdem In einem weiblichen Kämpfer Team spielen Müssen wir da überreden Son Gohan Hast du mir was zu sagen Ne Finde ich eine coole Idee Das logischerweise Wenn beide Charaktere Am Artwork sind Und auch im Kampf Macht es Sinn Dass der weiblicher Kämpfer Auch dabei ist Prinzipiell würde ich eher sagen Leute haut ihn rein In ein Halbsayajin Team Hybrid Sahajin Team Könnt ihn aber auch gerne Auch mal austesten Im Son Gohan Team Ah Son Goku Familienteam Im weiblichen Kämpfer Team Müsst ihr rausfinden Ich habe ihn selbst Auch noch nicht getestet Irgendwo Weil vielleicht habe ich ihn Ja auch gar nicht gezogen Ist schwer zu sagen Wo man den am besten einordnet Auf jeden Fall mein erster Eindruck Sagt mir Halbsayin Team Aber wie gesagt Nicht vergessen Er ist ein Supporter Er bringt auch wieder Karten Mit in den Kampf Erhöht bei Einsatz Schlagschaden um 20% Geil Und das andere Erhöht Fernangriffsschaden Um 20% Geil Aber nur für 2 Sekunden Das heißt Das ist mehr so eine Kombosache Das heißt Du nutzt Diese rote Karte Zum Beispiel Wenn du sie gerade Auf der Hand hast Und setzt danach Sofort 2 weitere Rote Karten ein Oder die gelbe Karte Und sofort danach 2 weitere gelbe Karten Damit du ein bisschen Mehr Damage rauskriegst Aus diesen 2 Sekunden Ist aber eine coole Sache Für Kombos 20% mehr Schaden Einfach so Nehmt man gerne mit So eine ganz normale Künste Machen jetzt nichts Spezielles Aufprall der Gerechtigkeit Ist ganz cool Denn wenn du den Gegner Triffst mit dieser Mit dem Spezialangriff Mit einer blauen Fähigkeit Wird eine Karte Vom Gegner Versiegelt Hat er so ein X drauf Und das für 10 Sekunden Das ist richtig hart Nervig Vor allem Ihr kennt das vielleicht Von anderen Charakteren Das gibt es bei vielen Charakteren Wenn ihr gerade Zum Beispiel 6 Dragon Ball habt Und der 7te Dragon Ball Das heißt die Karte Mit dem 7ten Dragon Ball Ist genau hinter dem Versiegelten Dann könnt ihr einfach Nicht kein Rising Rush Einsetzen Für 10 Sekunden Das ist mega mega fies Für eine coole Sache Aber auch das ist jetzt nichts Was viel Damage macht Oder so Sondern Support Support Leute Grüne Fähigkeit Ziemlich geil Gegner leidet 20% mehr Damage Für 20 Sekunden Cool Und alle Gegner Regenerieren 80% langsamer Leben Ist jetzt nicht so wichtig Das Lebensregenerieren Aber vor allem Der 20% mehr Damage Ist eine Ansage Hauptfähigkeit Ist natürlich die finale Karte Zu ziehen Den Gerechtigkeitssturm Regenerierst 40 Key Machst 30% mehr Damage Und dein finaler Angriffsschaden Steigt um 30% Was ist der finale Angriffsschaden? Natürlich die Karte hier unten Und zwar der Gerechtigkeitssturm Das heißt du Setzt die Hauptfähigkeit ein Drückst auf dein Bild Links unten im Kampf Setzt sie ein Und machst dann Innerhalb der nächsten Später sind 10 Sekunden Deinen Gerechtigkeitssturm Damit er mehr Damage macht Der Gerechtigkeitssturm Macht nämlich enormen Schaden Und der Gegner Wenn er getroffen wird Das ist Hardcore Für 3 Sekunden nur Auch da musst du dich Also beeilen Leidet er 80% mehr Schaden Und du hast Eine Fernangriffspanzerung Beim hinfliegen 80% mehr Schaden Das heißt du setzt die ein Und versuchst danach Sofort wieder die nächsten Angriffe einzusetzen Die ganze Zeit Du willst dem richtig hart Eine reinhauen Z-Fähigkeiten sind natürlich Für das Halbside-Gin-Team Wie gesagt Oder auch Kinoversion Saga Wobei Da bin ich eher So hin und her gerissen Würde ich den Im Kinoversion Saga Team spielen Ich weiß Also wie gesagt Sein perfektes Team Kann ich euch nicht sagen So wie bei Goku Black Übrigens bei Goku Black Gibt es natürlich auch Noch die Möglichkeit Mächtiger Feind zu spielen Aber ein mächtiger Feind Team Muss man erst noch testen Ob es sich durchsetzen kann So dann Das Dem Frieden Verpflichtetes Herz Wenn so ein Gohan Tag Team Äh alias Oh Siamen Ich hab die Identität verraten Wenn Siamen reinkommt Leidt er 40% weniger Schaden Nein Wenn er reinkommt Macht er 40% mehr Schaden Wollte ich sagen Und wenn er wieder Rausgewechselt wird Also zum Beispiel Dass du Gohan einwechselst Den kleinen Regeneriert 10% Leben Regeneriert 30 Ki Und macht 20% mehr Damage Da ist der große Support Faktor Ähm Dann noch Bei Kampfbeginn Wenn er also reingeht In den Kampf Ich glaub du damit startest Oder ihn einwechselst Leidest einfach so 50% weniger Schaden Das ist so ein kleines bisschen Damage auffangen Ne Wenn dein Hauptcharakter Dein Song Gohan Äh Senkai erweckter Legends Limited Gerade richtig hart Auf die Schnauze bekommt Wechselst du ihn schnell Ähm Aus Gegen den großen Siamen Und der Siamen Fängt dann den Damage auf Er leidet ja eh 50% weniger Schaden Ähm Er leidet Ähm Er leidet Er regeneriert Schnauher Ki Und er ist Sehr häufig immun Gegen Status Veränderungen Er kann nicht bluten So schnell Er kann nicht Ähm Im Damage gesenkt werden Geschwächt werden Und so weiter Und so weiter Also man merkt schon Großer Supporter Trotz des muss ich sagen Er überzeugt mich Auf dem Blatt Papier Was man hier lesen kann Nicht so Für den Faktor Dass er ein Tag Team ist Bekommt auf jeden Fall Einen Daumen von mir nach oben Mehr kann ich Aber nicht geben Ich finde Also was ich hier Lesen kann Nicht getestet Nur lesen Was ich hier lesen kann Finde ich Er supportet Ein bisschen zu wenig Ein bisschen zu wenig Support ist da Denke ich Das ist mein erstes Bauchgefühl Was mir sagt Er könnte eigentlich Mehr machen Aber Es ist ein Tag Team Und ich liebe so Doppelte Charaktere Im Kampf Vor allem dadurch Dass ein Tag Team ist Er jetzt auch Ein weiblicher Kämpfer Ist finde ich einfach geil Also das ist schon cool Hat einen Daumen verdient Aber Ob er wirklich Spielstark ist Das muss ich erst noch Rausstellen Nicht so bei Goku Black Wo ich mir zu 100% Sicher bin Dass er eine Maschine ist Aber bei Siamen Muss man erst noch überlegen Und ja es gibt auch Eine neue Extreme Ribrian Lass uns nicht darüber reden Was man bei OE Aber kurz sagen muss Sie ist der erste Charakter Der gegnerisches Universum Bufft Eine neue Kategorie Die wir haben Wir hatten letztens Mächtiger Feind Als neue Kategorie Jetzt haben wir Als neue Kategorie Gegnerisches Universum Und das ist sie auch Selbst Hier unten seht ihr das Da können wir in Zukunft Vielleicht auch noch Coole Teams erwarten Aber erstmal Leider nicht Zum Abschluss Ziehen wir jetzt noch schnell Die kostenlose Ziehung Was ist denn eure Meinung Zu Goku Black Haut es mal in die Kommentare Und natürlich zu Siamen Tag Team Drei Kapseln Wie geht er Hey Moment Ich holte mein Bier Ich ziehe noch eine Sparking Am Ende Was ist eure Meinung Leute Also ich finde Goku Black Richtig geil Siamen wie gesagt Der Faktor Dass es ein Tag Team ist Also zwei Kämpfer Finde ich geil Aber der Support Ist mir halt einfach zu gering Jetzt gucken wir noch ganz kurz Was denn wir für eine tägliche Kostenlose Sparking Hier raushauen Und dann bin ich raus Für heute Ich hoffe wie gesagt Ihr habt das gestrige Opening Gesehen Wenn nicht Guckt es euch an Vegeta Der alte Vegeta Wenn ihr das gestrige Livestream Opening Nicht gesehen habt Guckt es euch unbedingt an Jetzt gleich auf der Endcard Einfach drauf drücken Und Spaß haben Und ich ziehe einfach hier Den alten Oldschool Vegeta kostenlos Problem dabei ist Nur ich habe ihn schon Nach 14 Sterne Es bringt mir nichts Aber ey Er ist auch irgendwie Noch ein cooler kleiner Kämpfer Leute ich wünsche euch Einen wunderschönen Tag Haut halt rein Abonnieren Um mich zu verpassen Glocke aktivieren Und Ciao